Mein Name ist Fabian, ich bin Masterstudent hier am Arena Campus Düsseldorf und besonders gefällt mir am Sport Business Campus, dass wir zum einen das Netzwerk aufbauen können im Fachbereich Sport, das ist zum einen die Dozentenauswahl und zum anderen natürlich andere sportverrückte Menschen wie meine Mitkommunitoren. Das zweite ist natürlich dann die Verzahnung von Sport und Wirtschaft, die wir hier geboten bekommen. Und das letzte ist definitiv die persönliche Betreuung, die wir hier fortfinden.